Ja, ich merke schon, meine Handschuhe sind ein bisschen zu glückschig dafür mittlerweile. Stellen Sie sich vor, Folgendes wäre passiert. Ich hätte den Pansen nicht losgelassen. Dann wäre der Ilthes, er hätte sich so stark in dem Stück Fleisch verbissen, dass ich in der Lage gewesen wäre, ihn daran in die Luft zu heben.